Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video bei mir im Kanal. Ich habe mich heute für dieses ganz spezielle Video mal an einen sehr ruhigen, natürlichen Platz begeben, weil ich dachte, ich nehme mir mal ein paar Minuten Zeit für euch und erkläre euch, was ich denn mit meinem Bruder und der Maike von Bullirella die letzten Wochen so für Vans of Germany getrieben habe. Ich habe es in den vorherigen Videos immer schon angekündigt. Vans of Germany, wir machen was für Vans of Germany, Vans of Germany hier, Vans of Germany da. Und ja, bis jetzt habe ich aber noch nicht mit der Sprache rausgerückt, worum es da genau ging. Und ja, heute ist es soweit. Ich erkläre euch, was es mit dem neuen Projekt Vans of Germany auf sich hat. Vielleicht spulen wir kurz zurück. 2017 habe ich den Instagram-Kanal Vans of Germany gegründet, mit der Idee, alle deutschen Camper-Vans auf einer Plattform vereinen zu können. Das ist mir auch sehr gut gelungen. Das Problem ist einfach nur, dass diese Seite da ein bisschen eingeschlafen ist und ich einfach nicht mehr so die Zeit dahinter hatte, wegen meinem eigenen Projekt Freundschaft. Vor ein paar Monaten haben dann Maike, Simon und ich uns zusammengesetzt und haben diese Seite wieder aufleben lassen. Mit dem selben Ziel, aber mit einer neuen Motivation dahinter und einfach mit mehr Manpower. Haben also diese Seite aufleben lassen, haben Instagram wieder neu gefüttert, haben eine neue Homepage sogar programmiert, wo ihr dann uns Bilder schicken konntet, damit wir diese Bilder bei Instagram und auf unserer Homepage hochladen können von euren Camper-Vans. Und das hat so krass gut funktioniert, dass wir innerhalb von 48 Stunden über 100 verschiedene Vans hatten. Das war unglaublich und wir konnten das überhaupt nicht mehr richtig stemmen. Es war viel zu viel Arbeit für Simon, Maike und mich. Und so haben wir gesagt, wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Haben also in dem Moment gleich wieder dieses Einreichungsbewerbungsverfahren deaktiviert sozusagen. Ja, und haben uns direkt an die Arbeit gemacht, eine neue Lösung zu finden. Und die neue Lösung kann ich euch heute präsentieren. Denn ab heute, dem 1. Juni, gibt es eine Startnext-Crowdfunding-Kampagne. Denn wir wollen mit euch zusammen die größte Camper-Van-Community Deutschlands werden. Was haben wir mit Vans of Germany vor? Vans of Germany soll die größte Camper-Van-Plattform Deutschlands werden. Auf dieser Plattform können sich Leute tummeln, die ein Camper-Van haben. Es können sich Leute tummeln, die ein Camper-Van kaufen wollen, weil sie vielleicht sich inspirieren lassen wollen. Und das ist uns besonders aufgefallen. Es gibt natürlich Plattformen wie Facebook, Instagram und Co., wo man sich inspirieren lassen kann. Aber es ist nie so richtig geil, dass man sagt, ey, fett, wir haben so eine, ja, wir haben so irgendwie so ein Ort, wo man sich treffen kann. Wir haben einen Ort, wo man sich austauschen kann. Und es gibt halt verschiedene Orte und das nervt. Und ja, zusammen mit eurer Hilfe wollen wir eben diesen einen speziellen Ort für uns alle erschaffen. Wir wollen dort eine Community aufbauen. In dieser Community könnt ihr euch austauschen. Ihr könnt euch Hilfestellungen geben zum Van-Ausbau. Ihr könnt Fragen stellen. Ihr könnt Hilfe anbieten natürlich. Ihr könnt alles machen. Ihr könnt alles machen rund um das Thema Camper-Van. Ihr könnt euch eigene Profile anlegen. Also es gibt wirklich so geilen Scheiß, den wir da machen können. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, wir müssen es professionell programmieren lassen. Die Homepage, die jetzt aktuell läuft, die hat der Simon gemacht. Das funktioniert auch super gut. Aber das ist so das, was die Programmierkenntnisse hergeben. Und der Rest, da hört es dann halt eben auf. Da muss ein Profi ran. Und wir haben uns Marcello mit ins Boot geholt. Marcello ist ein professioneller Programmierer, der eben unsere Wünsche und dann in Zukunft auch eure Wünsche in die Tat umsetzen kann. Und deswegen wenden wir uns heute mit Vans of Germany natürlich an euch, weil wir die Hoffnung haben und den Wunsch, mit euch zusammen die größte und geilste Camper-Van-Community Deutschlands zu werden. Das heißt, ab sofort gibt es auf Startnext eine Crowdfunding-Kampagne, mit der wir den Bau der Homepage finanzieren wollen. Ja, wie könnt ihr denn jetzt dabei sein? In der Crowdfunding-Kampagne habt ihr die Möglichkeit, aus verschiedenen Dankeschöns auszuwählen. Wir haben zum Beispiel Sticker, natürlich. Wir haben wunderschöne Macher-Shirts von Weitblick. Da steht drauf, hätte, könnte, sollte, machen. Das ist also das Beste, der beste Motivationsspruch für jeden Camper-Van-Bauer, der sowas sich überlegt zu machen. Einfach mal machen. Das ist ja auch mein Motivationsleitfaden. Ihr könnt diese T-Shirts dort kaufen. Wir haben von Frontrunner so geile kleine Stühle, die wir da bekommen haben von Frontrunner. Es gibt einen Scotty-Grill. Ihr könnt als Dankeschön eine Namenserwähnung bekommen auf unserer Homepage für die Firmen unter euch. Es gibt auch die Möglichkeit, Sponsorenplätze zu kaufen. Man könnte eine Roomtour zum Beispiel kaufen und man kann tatsächlich auch drei Tage mit mir zusammen kaufen. Das bedeutet, ich würde euch drei Tage besuchen und wir würden drei Tage lang zusammen mit voller Freundschaft-Power euren Van umbauen. Die Preise, die da drin stehen, das kostet natürlich ein bisschen was. Das geht nicht darum, dass ich mir jetzt eine goldene Tasche damit verdiene, sondern es geht allein darum, dass wir dieses Projekt gestemmt bekommen und damit so viel Geld wie möglich in diesem Pool liegt, damit wir diese Community so professionell wie möglich aufbauen können. Nur dann hat jeder was davon. Wenn wir jetzt irgendwie Larifari wieder irgendwas programmieren, wo wir stundenlang Arbeit reinsetzen und dann am Ende feststellen, ja scheiße, uns fehlt schon wieder irgendeine Funktion oder irgendwas passt nicht, macht das auch keinen Sinn. Unser Ziel ist es, in zwei Wochen unsere Ziele zu erreichen, sodass wir am Ende sogar vielleicht eine Vans of Germany App für euch programmieren können, in der ihr alles übersichtlich in einer App habt. Das heißt, ihr braucht kein Facebook mehr, ihr braucht kein Instagram mehr. Natürlich solltet ihr das alles noch nutzen. Ich bin auch weiterhin bei Instagram und bei Facebook aktiv. Aber wenn ihr euch austauschen wollt, habt ihr so mit einem direkten Weg. Ihr müsst nicht mehr tausend Gruppen durchsuchen und so weiter. Und das finde ich so geil. Es soll einen Marktplatz geben zum Beispiel. Das ist eine große Idee von mir, die ich schon seit langem, langem hege. Weil mich je immer wieder Leute fragen, ey Dominik, wo kann ich denn meinen gebrauchten Van kaufen? Oder hast du eine Idee, wo ich meinen gebrauchten Camper Van anbieten kann? Ja, gibt es nicht. Also klar, es gibt die normalen Standardplattformen, aber so eine richtige Plattform für einen Vanlifer, die gibt es einfach nicht. Und deswegen wollen wir sowas schaffen für euch. Ich habe zum Beispiel noch super viele Materialien vom Ausbau zu Hause liegen. Also weiß ich nicht, Amaflex, Standheizungsteile, eine alte Wasserpumpe und, und, und. Und all dieses Zeug lässt sich doch viel, viel besser direkt in der Community verkaufen, als irgendwo bei Ebay-Klananzeigen, wo man eh nur an, naja, ihr wisst schon, wen gelangt. Und ich finde es geil, einen Ort zu haben, wo wir uns alle, wirklich alle, egal wer, wie gesagt, es geht nicht darum, ob jemand viele Follower hat oder wenig Follower hat. Ich will einen Platz schaffen für jeden in dieser Camper Van Community. Und ich habe richtig Bock drauf. Ja, und wer weiß, wo das alles hinführen kann, ne? Zu Zeiten von Corona können wir zwar kein großes Treffen machen, aber vielleicht kann die ganze Community sich sogar irgendwann mal sehen. Vielleicht bleibt sogar Geld übrig, dass wir für euch ein riesenfettes Treffen organisieren können, wo keiner einen Cent für bezahlt. Also all das schwebt so in meinem Kopf vor. Und Simon ist ultramotiviert dahinter. Und wir arbeiten wirklich seit Wochen mit Hochdruck an diesem Ding. Und sind im Hintergrund natürlich auch schon an der Homepage dran. Also auch Marcello ist schon dabei, die Homepage zu, ja, zu programmieren, die ersten Schritte und sowas zu machen. Und wir haben schon die ersten Mock-Ups davon bekommen. Es wird richtig geil. Also Leute, wenn ihr Bock habt, teilt zu werden von der größten Camper Van Community Deutschlands, dann geht bitte unten in die Beschreibung rein. Dort findet ihr den Link zur Startnext-Kampagne. Und ich würde mich krass doll freuen, wenn ihr unsere Kampagne mit dem Betrag eurer Wahl unterstützen würdet. Es reicht ein Euro. Ich freue mich über 5 Euro. Ich freue mich krass über 100 Euro. Ich freue mich über alles. Also egal, was ihr zur Verfügung habt. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst es mich wissen. Haut ein paar Euro in die Kampagne. Kommentiert natürlich gerne, was ihr davon haltet. Und ich sage euch so mal so, ich habe viele Ideen, aber ihr alle habt vielleicht noch viel mehr Ideen. Und wir sind immer bereit, eure Ideen auch ein Stück weit umzusetzen, insofern es denn möglich ist. Das heißt, ihr könnt auch an dem ganzen Teil mitwirken. Wir suchen auch nach wie vor Leute, die unsere Community dann managen. Die Maike zum Beispiel ist unsere Community-Managerin. Wir brauchen natürlich Leute, die sich um die Community kümmern, um die einzelnen Gruppen, um die Themenbereiche, Pinterest, Instagram und so weiter. Das soll natürlich alles auch irgendwo mitgefüttert werden. Und wir haben uns jetzt schon ein kleines Team aufgebaut aus ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und es macht einfach mega viel Spaß. Es macht richtig viel Spaß. Wir arbeiten sehr, sehr hart daran, dass diese Community funktioniert und dass das auch im Hintergrund alles schon läuft. Und ja, ich bin mega gespannt. Und jetzt seid ihr am Zug. Und ich freue mich zu sehen, was ihr daraus macht. Und ich freue mich auf euer Feedback zu der Community. Und wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare. Wie gesagt, den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, weil heute ist Sonntag. Morgen geht die Kampagne offiziell online. Also ihr seht heute das Video dann quasi, also in eurem Heute. Und ja, es wird geil. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Übrigens, was mir noch gerade einfällt, es gibt auch ein paar Quadratmeter Filz zu kaufen von Bus4Fun. Zu einem wirklich guten Sonderpreis. Das heißt, wenn jemand sein Van noch filzen will, hat jetzt die einmalige Gelegenheit, dort auch Filz einzukaufen. Inklusive Kleber. Für einen guten Preis. Den Preis wird es nicht nochmal geben bei Bus4Fun. Gibt es sowieso nicht, weil Bus4Fun ja kaum Rabatte gibt. Außer mein 5% Rabattcode. Aber das sind über 10%. Und ihr habt auch noch die Möglichkeit, einen von 5 limitierten Scotty Gasgrill zu bekommen. Da ist dann ein Vans of Germany Logo eingelasert. Auch das wäre eine coole Option. Ja, und jetzt bin ich raus. Ich freue mich, wenn ihr in der Kampagne teilnehmt. Und ich denke, zusammen können wir was richtig Großes schaffen. Leute, vielen, vielen Dank im Voraus. Ich bin gespannt, was draus wird. Ich halte euch hier auf dem Kanal natürlich auf dem Laufenden. Und checkt auch den YouTube-Kanal von Vans of Germany. Ist alles unten in der Verlinkung. Und natürlich auch den Instagram-Kanal. Ja, und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut euch die Homepage an. Da wird es natürlich auch immer wieder News geben. Und irgendwann vielleicht sogar eine nagelneue Homepage, wo ihr euch dann alle anmelden könnt. Und es wird so geil. Ich habe so Bock drauf. Mega. Ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Und ja, noch viel größeres Dankeschön natürlich auch von Maike und von Simon für eure Unterstützung. Grüße gehen raus. Euer Dominik von Freundschipp. Tschüss mit Öl. Und ja, noch viel größeres Dankeschön.